In den digitalen Medien ist er mittlerweile sehr präsent und erreicht viele tausende Menschen über seine Interviews auf YouTube und mit seinen Blog-Geschichten aus dem Alltag. Der Mann heißt Thomas Meyerhöfer. Sein Herzensanliegen ist es, Menschen zu helfen, den Weg zu Gott zu finden. Das macht er oft auf ungewöhnliche Art und Weise. Aber hören und sehen Sie selbst eine seiner Blog-Geschichten. Ich freue mich, dass ich Ihnen eine kleine Geschichte aus dem neuen Buch Lost erzählen darf. Und wie alle Geschichten absolut authentisch, hat sich also zu genauso ereignet. Die Geschichte heißt Der Gottesbeißer und geht folgendermaßen. Er ist zwei Jahre und er liebt das Singen. Hat mein Enkel einen neuen Song auf Lager, muss ich ihn mir anhören. Und vergangene Woche war es dann wieder soweit. Astrein intoniert. Wirklich. Astrein. Aber kleine altersbedingte Textverwaschungen. Die gab es auch. Und er sang folgendes. Alles klar. Wunderbar. Und wie? In echt ist es ein Kinderlied, das manchmal in der Kinderkirche gesungen wird. Da ist dann der Herr, Gott himself. Und das Beißen, naja, das heißt preisen und heißt nichts anderes als Gott die Ehre geben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es gibt Zeiten, in denen wir uns eher in Richtung Beißen orientieren, als das Preisen möglich ist. Dann, wenn der Himmel wie vernagelt scheint und wir keinen Bock auf die 124. Extra-Gebetsrunde haben. Kommt dann einer vorbei und hält uns in dieser Situation einen Vortrag über richtiges Beten und gelingendes Preisen, dann juckt es tatsächlich im Gebiss. Gott gehört die Ehre. Das lässt sich lässig singen, lässt sich lässig dichten und sagen, dann, wenn die Welt grün ist und der Alltag bunt. Und Tatsache ist auch, dass das nicht immer der Fall ist. Mein Freund hatte Krebs. Mehrere Male driftete er heftigst am Todesabgrund vorbei. Und nicht nur einmal dachte ich, er schafft es nicht mehr. An einem seiner besseren Tage wollte ich von ihm wissen, wie er diese Achterbahnfahrt erträgt. Dieses hoch und runter und nie endende Märtyrium. Nach einer kurzen Pause flüsterte er, ich gebe Gott immer wieder neu die Ehre. Was bedeutet das konkret, wollte ich von ihm wissen. Er massierte seine Finger, machte wieder eine Pause und sagte dann, ich habe Gott angeschrien. Ein Hustenreiz unterbrach ihn und dann sprach er weiter, ich habe auf ihn eingeprügelt und ihn alles geheißen, sagte er schließlich, nachdem sein Atem wieder gleichmäßig ging. Wie ein kleines Kind, das zornig ist, geprügelt, geschrien, gedroht. Und dann lächelte er und sagte, als ich nicht mehr weinen konnte, habe ich mich auf Gottes Schoß eingerollt und mich an ihm festgehalten. Und jetzt war es ich, der mit seinen Fingern spielte. Und dann habe ich, sagte er, auch schon wieder hustend, ihm leise gesagt, dass ich an ihn glaube und dass er Gott sein darf in meinem Leben. Knapp vier Monate später schaffte er es nicht mehr rechtzeitig durch die Kurve am Todesabgrund zu driften. Jetzt ist er bei Gott und seinen Krebs hat er auch los. Genau, es gibt Zeiten, da beißen wir und brüllen, schweigen, weil es so heftig schmerzt, dass wir das Leben nicht mehr ertragen. Ist es so? Klar, offen und ehrlich. Und wenn dem so ist, schickt uns Gott nicht in Einzelhaft. Er als der gute Vater lässt uns toben, bis wir nicht mehr können. Und als Eltern wissen wir, dass dies die einzig sinnvolle Methode ist, um verletzten, gekränkten oder kranken Kindern Frieden zu vermitteln. Wird dann der Atem ruhiger? Lässt die Kraft nach? Wird das Schluchzen leiser? Dann ist unsere Zeit gekommen. Liebevolles Zureden, Trösten, Küssen. Das Kind spürt, meine Mama, mein Papa, sie sind da und gehen nicht weg. Gott lässt uns nicht allein. Auch dann nicht, wenn wir auf ihn einprügeln. Er bleibt da. Und verlässt uns die Kraft, bringt uns die Erschöpfung zum Schweigen. Dann, dann, dann endlich hören wir ihn auch wieder. Wir reagieren unsere Kinder, wenn sie sich wieder beruhigen und in unserem Arm liegen. Sie schlafen ein. Hören wir von Ihnen ein Danke? Wohl kaum. Sie schlafen ja in unserem Schoß. Diese und viele weitere Bloggeschichten finden Sie in seinem neuen Buch, das im kommenden März erscheint. Thomas Meyerhöfer, Lost, Bring mich heim, Sinnsuchergeschichten. Er schildert und kommentiert alltägliche Begebenheiten und Erlebnisse. Er schaut genau hin, reflektiert und findet immer wieder einen Bezug zu Aussagen der Bibel. Seine Geschichten sind erfrischend ehrlich und unfrom, aber mit viel Tiefgang. Er schreibt, so wie er es selbst formuliert, vor allem für Leute ohne Glauben und für die, die sich verletzungsbedingt vom Glauben verabschiedet haben, die mit den High-on-Emotion-Leuten nicht mitkommen, die sich verirrt haben. Es geht ihm also um den Alltag, um Geschichten, um den Glauben und ums Leben.